Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute zeige ich euch ein ganz einfaches, schnelles Erdbeerdessert. Den Link zum bosnischen Originalrezept setze ich gerne unten in die Infobox. Nun zu den benötigten Zutaten. 500 Milliliter Milch, drei Esslöffel Zucker, drei Erdbeeren und zwei Päckchen Vanille oder Sahne Puddingpulver. Ja genau, das sind alles Zutaten, die du wahrscheinlich eh zu Hause hast. 400 Milliliter Milch werden in einen kleinen Kochtopf gegeben und aufgekocht. Ganz nebenbei werden in die restlichen 100 Milliliter Milch, drei Esslöffel Zucker und zwei Päckchen Vanillepuddingpulver gerührt. So wird also ein klassischer Pudding zubereitet, nur mit der Hälfte der sonst benötigten Milchmenge. Ja, bei der Vorbereitung war ich mir nicht ganz sicher, wie viele Schälchen, wie viele kleine Elfengläser ich füllen würde und hatte vorsichtshalber fünf vorbereitet. Die angegebene Menge reicht für drei. Mit dem kleinen Küchenhelfer Ausstechen und mehr entferne ich den Stielansatz der Erdbeere. Stelle die so verputzte Erdbeere in das kleine Glas und fülle die recht dick flüssige Puddingmasse hinein. Den Elfen liegen Deckel bei, somit lassen sich die Gläser gut abdecken und parken bis zum Verzehr im Kühlschrank. Ja, ich hübsche das Ganze nur noch kurz mit etwas Puderzucker oder geraspelten Kokosflocken auf. Ja, und das war's dann auch schon. Schnell, einfach, günstig, lecker. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und neugierig gemacht. Ja, nun noch kurz etwas Werbung in eigener Sache. Alle von mir empfohlenen Produkte verlinke ich gerne unten in der Infobox. Ebenso den Link zu meinem Online-Shop, in welchem ich meine Rezepthefte anbiete. Liebe Grüße, bis ganz bald, eure Jana.